Die Meldungen wegen einer angeblich nahenden Klimakatastrophe werden immer abstruser. So etwa berichtete gestern die britische Sonntagsausgabe Daily Mail, dass die schottische Regierung den Gesundheitsbehörden nahelegt, gebärenden Frauen das schmerzlindernde Gas Entonox zum Wohl des Planeten nicht mehr zu empfehlen. Entonox ist ein Gasgemisch aus Sauerstoff und Lachgas und wird von werdenden Müttern beim Einsetzen von starken Wehen gerne eingeatmet, weil es korrekt dosiert, auf einfache Art die Schmerzen lindert und zudem für Mutter und Baby als nebenwirkungsfrei gilt. Die zweite Wahl ist Paracetamol, das allerdings im Gegensatz dazu aber sowohl bei Mutter und Kind Nebenwirkungen hervorrufen kann. Wie The Guardian schreibt, habe die junge BBC-Moderatorin Leigh Milner ihr Kind trotz schmerzhaften Geburtskomplikationen ohne Lachgas zur Welt bringen müssen. Milner sei erleichtert gewesen, als sie und ihr Baby die Geburt schliesslich unbeschadet überlebt hätten. Doch laut der Regierung ist das hilfreiche Gas ein Klimagift. Wie es heisst, sei Lachgas ein Schadstoff mit langer Lebensdauer in der Atmosphäre und eine ozonschädigende Substanz. Der schottischen Gesundheitsbehörde geht es also eher nicht um das Wohl von Mutter und Kind, sondern um das Erreichen einer sinnlosen Netto-Null-Bilanz bei sogenannten Lachgasemissionen im Gesundheitswesen. Als hätten werdende Mütter nichts Besseres zu tun, sollen sie nach dem Willen der Regierung sogar darin geschult werden, welche Option der Schmerzlinderung das Klima am wenigsten schädigt. Ein Sprecher des Königlichen Kollegiums der Geburtenhelferinnen und Gynäkologen betonte, dass der Zugang zu sicherer und wirksamer Schmerzlinderung bei der Geburt lebenswichtig sei. Während wegen den Genspritzen möglicherweise unzählige Mütter ihr Kind bereits verloren haben, kümmern sich die Gesundheitsbehörden nun um das angeblich bedrohte Klima. Auch diese kürzliche Meldung des Deutschen Ärzteblatts passt perfekt in das Narrativ der Klimapanikmache. Hitze erhöht Risiko für späte Frühgeburt deutlich. Eine aktuelle Studie des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf will herausgefunden haben, dass Temperaturen über 35 Grad das Risiko einer Frühgeburt um bis zu 45 Prozent steigern können. Behauptet wird diese vermeintliche Erkenntnis mit einer komplizierten Gleichung und einem Annäherungsindex zur Berechnung der erscheinbaren Temperatur, die wiederum an die relative Luftfeuchtigkeit angepasst wurde. Auch mit dem Prädikat Universitätsklinikum und dem Fachmagazin The Lancet wird die Studie nicht besser und ist bei genauerem Hinschauen völlig wertlos. Doch für die Verbreitung von Angst und Schrecken wegen dem Klimawandel scheint sie goldwert zu sein. Ohnehin sollen die Ärzte auf kommende Hitzetote eingestellt werden. Ganz nach dem Vorbild der Plandemie gibt es beim Robert-Koch-Institut RKI seit neuestem ein Dashboard mit Hitzetoten. Immerhin räumt das Institut ein, dass es sich dabei um Schätzungen handelt. Ein Dashboard über Todesfälle wegen Genspritzen existiert hingegen nicht.